Musik 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 Hallo Leute! Du hast verkackt aufzunehmen Zur Aufnahme, ja ich nehm noch jetzt auf Er verkackt doch Das ist fast jede Runde Du bist schon wieder gemutet Ja ich nehm noch auf Schön Jo find ich auch Heute spielt mal Richard Spritzcrank Mh mh Nicht so wie ich immer Das ist falsch Musik Spiel Musik Musik Spiel 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 Ich habe jetzt verschlafen, dass es losgeht und deshalb erst jetzt ist die Aufnahme begonnen. Ich spiele mit einem Nocturne, wenn Insta locker ist, Timo und Aatrox, der AFK ist. Ich spiele Katos gegen ein Talon, Trundle, Aatrox, Greggas und Wayne. Greggas spielt wahrscheinlich mit. Ja und ich habe jetzt zwei, ja, ich bin ja auf Deutsch keine Ahnung, Feenamulette gekauft, weil ich dann mit meiner Kuh bis in Rumspammen kann. Und das ist, ja. Hallo und willkommen zu einem Special. Nicht alle Champions benutzen Mana, um zu zaubern. Ähm, ja. Dieses Special ist zum, ja, zum Ausfüllen, weil ich würde eigentlich jeden Tag ein Video machen. Aber ich konnte es leider nicht, weil Minecraft, ähm, together, da war ich bei meinem Cousin. Also, das ist mein Cousin. Ähm, ja. Und zwar im Laden gemacht. Und deswegen kann man es erst nicht machen. Ähm, ja. Der will das auf dem Server machen, aber er ist heute nicht da und alles mögliche. Deswegen, ähm, kann man es heute nicht machen. Sonst, wenn wir das, wird dann morgen oder beim Morgen wiederkommen. Wenn wir mich auf dem Server spielen, dann kann man weitermachen. Und das macht man jetzt auch gleich, also mein kleines Special. Wir machen hier alles Tutorial, sich um das Punkt zu kommen und das schon normal bespielen. Weil ich bin zwar Level 2 und Level 3. Ähm, ich hab nicht das klar genannt, weil ich so zwei... Herzlich willkommen bei... Herzlich willkommen hier bei einer neuen, kicherigen Runde. Let's play Nico Flashless zusammen mit dem Nico. Niemals. Hat mit dem Zähne nichts Besseres zu tun. Let's play Nico Flashless. Hat gerade eine witzige Wörterhaltung. Mit deinem Kumpel. Der hat Nico gebobbt. Und das war gut. Und wir haben eine Love Lash. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Elle ist da. Und Blitzcrank. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends 3 gegen 3 mit einem Alpha-Yoic-Race-Combo gegen einen Nunu-Sings-Olaf-Combo und ich hatte genau wie Alex jetzt gerade ist ich bin Schilder-Kraftwerke Alex natürlich ich nehme meine Hände nämlich mit gegen die klingelische Elefran ich muss Alex hier rauskommen ich bin kurz weg ich bin Schilder-Kraftwerke ich bin Schilder-Kraftwerke ich bin Schilder-Kraftwerke hallo ist noch wer da? ich habe nicht zugehört ich sag nur sprech mal ein bisschen und ich komm wieder stille stille ja das ist irgendwie nicht da da würde ich für ganz bestimmt keine Selbstgespräche das magst du, dass du als du Rux-Luxus hier aufnehmen wolltest ja hast du das doch gemerkt das mochtest du doch richtig gerne ja du sagst doch auch bei deinem Portrait-Let's-Play sagst du die ganze Zeit nur ja okay ja okay ja ich weiß nicht irgendwie muss man sich dran gewöhnen na gut aber wenn man mit dir spricht ist es ja auch so als ob man gegen eine Wand spricht die jede halbe Stunde mal irgendwas sagt genau ja es ist so ja jede halbe Stunde sag ich irgendwas halbe Stunde geht ey dein eines Video 7 Aufrufe einen Daumen nach unten ach ja das war ja ich oh wo ist Alex was haben die denn wo bin ich